naja dann hol dir mal einen trank und komm mal zu dem anderen tor stein schwebt hier steht ein pinestein rum nicht schwebt steht nein der runden stein hier schwebt immer in der basis das muss so dass es ein verwunschender runden stein ist eine komische und stein mit so ein bisschen zeug drumherum wie endlich habe ich mal so ein bambi getroffen hier da hoch da oben ist eben jetzt werde ich von so einem trauriger verfolgen auch heute auch auf ja damit die mich nicht riechen halte ich natürlich abstand sehr ganz logisch wo ist er da ist er neben der dex vom onanieren schnaupt ja ich würde behaupten es war sehr anstrengend was er da gemacht hat er ist halt sehr groß der ist tot warum tut er das der würgereiz beim gedanken daran oder wen meinst du jetzt würgereiz und dann kommen sie doch mal wieder zurück nach knutschi ja jetzt muss ich sehr weit laufen ja aber es sind ja noch zwei leute da die könnten eventuell rückendeckung geben du hast ja glaube ich eisen im gepäck und wenn die gebürge hier die gestorben heute ach das mit dem sterben dass das wird bei mir zu gutenheit aber er ist doch so weit geflogen bis in das rehlein rein ja der pfeil ach da drüben sind ein paar freundinnen ich höre wölfe ich höre mittlere heiltränke mhm kann man jetzt wölfe pisse machen ne egelpisse krittke wir ziehen um in eine bio wg oh ich hab keinen platz im militaire da war was bine pfui aus ich hab gehört was hier ist ein ein ich glaube das ist der du bist im schneestein ich hab da nochmal ein paar mit neil drin gelegt bei uns gibt es irgendwie nicht so richtig was cooles hier können wir uns mal noch ganz hoch gehen das ist ja mal gar nichts so ein kackwilliges schneegebiet ich glaube für dich ist es am einfachsten wenn du am wasser weiterläufst zum oh das also meinst du nicht ertrinken ja schwierig momentan oh wölfe alter ist aber oh das war knapp 20 lebens 20 lebens aber um energie zu sparen macht es dann gemeinsam ich glaube ich meinte ja ich hab doch schon ja der ist noch nicht fertig okay lass uns mal die bühne wenn der blackie anfängt von der brücke zu springen springst du dann auch nein er filmt sie und kichert weil er so lustig aussieht in der badehose ich glaube ich glaube sie schubst dann eher jetzt verstehe ich was du meinst mit nicht ertrinken ja hast du auch geschafft nee nee aber ich sehe was du also dieser dunkelwald hier ist ein bisschen fjordig ja und da oben ist troddy schön es ist nicht mal ein obsidian gewesen ja die kühltränke haben sich gelohnt ich habe alles mitgenommen na dann dann hat es sich auch gerechnet definitiv zwei kühltränke und wir waren ein holz ich habe tatsächlich zwei zwei wie heißen die kollegen wolfsfeller genau wie heißen sie denn nun Peter und Paul und ein grauzwerg oh zwei 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 drei vier sieben elf zwölf wölfe elefanten mit schwanz das wird nicht besser wölfe na hier use your minimap komm runter du blödes Vieh ja hier hin genau da will ich dich haben au 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 stirb wir müssen aber helfen meine Leiche ja wir sind die auf dem Weg zu dir nee andersrum das ist nicht die richtige Leiche ok das ist nicht die Leiche die ihr sucht genau auch was ich dir mitgenommen das habe ich mich auch gerade gefragt ich bin hier nur noch mal lang gegangen weil es arg kalt ist und in der Hoffnung dass noch Wölfe kommen so lustige Fälle kalt fehlt mir aber nicht sicher jetzt hört doch mal auf an mir rum zu knabbern ja so geht es mir auch gerade ich werde meine Leiche nie fest hast du sie nicht markiert nein natürlich nicht vor allem wo bist du ungefähr gestorben na im Sumpf ah ok der ist ja nicht groß naja dann ist es ja ganz einfach du machst erst diesen komischen Glipsching da weg und dann gehst du noch mal gucken ja ich hole meine Leiche ab und dann Prost äh Dex du bist weit außerhalb des Sumpfes ne so weit außerhalb des Sumpfes bin ich nicht oh hier ne Wandergruppe ein Schamane alles klar au ihr könnt mir doch eh nix ich hab ne Eisenrüstung ihr nicht ihr Blödis die müssen einfach nur lang genug die Zähne reinbeißen dann klappt das schon na die ist schon ein bisschen rostig aber ansonsten Fabrik fast neu oh da ist der Trauger wieder die Bienenallee fürcht schön ich werde von einem Trauger einem Skelett und äh so einem roten Dings verfolgt oh zumindest der eine Trauger ist weg gut äh ja ja äh wir kommen zu dir dauert wohl einen Moment tun wir? ja keine Ahnung also ich versuch's zumindest mal er hat Eisen dabei achso ja dann oh ein Penissstein kann ich mich erinnern da bin ich auch dran vorbeigekommen da gibt's mehrfach da gibt's mehrfach was wo wann ah jetzt ja 970er du hast mich geradet wette das erwartet ah ich hab meine Leiche gefunden juhu ich wusste sie muss hier irgendwo sein die kommt nicht weg die ist noch gut ich vermute mal du möchtest dann anschließend einen Geleitschutz nach Hause haben das ist okay das ist okay okay doch nicht äh ich bei 970er was hast du denn gespielt? ähm ich hab zwei Eier gefunden mhm er hat seine Eier gefunden offensichtlich nee Klittchen ich musste die ertragen so dick waren die schon mhm und lila angelaufen das sind eindeutig zu viele Details und die die klitzern mhm der 79er mit den Vampirklöten hör ich da Neid aus deinen Worten? nein ich hab gerne keine Disco Kugeln in der Hose das ist okay für mich dann lass die doch raussehen dann gibt's wieder Ärger hä? ich werd geblendet ja kennt man ja siehst du was ich sehe? ja ja das stimmt eigentlich mitten im Sumpf und alle anderen sind vor allem weil lauf wenn du nicht wieder deine Leiche holen willst lauf ne? der ward gar nicht für schaden eben was hat der? das sah klein aus zwergig ach der 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 kobold ja davon hab ich schon 2 getötet ja das sagte ich auch Dex blieb natürlich stehen aber man kennt ihn ja Jetzt habe ich aber zwei davon. Ja, dann lauf schneller. An Seite zu drüben, dann könnt ihr jetzt Gart spielen. Bleibt da. Hilfe. Als ob ich nicht gesagt hätte, lauf. Ich bin doch gelaufen, ich kann nicht schneller laufen. Was kannst du eigentlich? Nix. Es ist ganz schön dunkel, kann man jemanden Licht anmachen? Ja, würde ich gerne machen, aber die Leute laufen ja außen rum und niemand will schlafen. Ich kann doch gerne schlafen, ist mir egal. Ich schlafe jetzt. Schmoll. Ich fing ja jetzt erst mal Materialien an. Jetzt im Bett, wenigstens bin ich mal richtig angezogen. Ich kann auch hier mal das Feuer anmachen. So. Ich soll trotzdem nicht schlafen. Wahrscheinlich warst du noch nass. Nein, ich brauche halt Feuer. Okay. Das Feuer geht öfters aus. Also es waren gerade noch fünf Holz drin und ich habe ein sechstes Holz rein, dann ist es trotzdem wieder ausgegangen. Ja, ja, und scheint vielleicht auch ein bisschen Wasserrandsko, oder es ist ein bisschen knapp, noch der Bestenbaut. Nö, eigentlich hat es bis jetzt auch bei schlimmen Regen gehalten. Ja, aber vielleicht ist es einfach das Problem, dass zu viel Qualm draus kommt. Keine Ahnung. Okay. Nö, das haben wir mal das nächste Daiche mit ein. Das läuft nur ein kleines Feld oben raus. Ja, da kann doch schon mal ein bisschen reinregnen. Nö, ne. Mal dieser Pusch am Bau. Jopp. Ich bin da jetzt zusammen. Ein halbes Schiff, glaube ich. Das mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks plus 14. Als ich das Schiff geladen war, war es 5 Stacks plus 3, glaube ich. Was habt ihr in der letzten Stunde gemacht? Wir sind durch den Sumpf gelaufen, um das Eisenherz zu schaffen. Und Dex hat Freundschaft mit Kobolden gemacht. Ja, ganz toll. Ganz tolle Freunde sind hier. Ganz toll. Habt ihr da oben noch Eisen? Der Sumpf ist leer. Außer, ich wollte gerade sagen, außer des Dexens Leiche hat noch Eisen. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, ich habe noch Eisen. Was ist das denn für ein Trauger? Oh, ein Zweier. Warum sind die Knochen jetzt in der Sumi-Küste? Naja, weil das ja keine Knochen im Sinne von Knochen sind. Sondern sind ja eigentlich so Sonderknochen. Aber so sind ja ich ja auch nicht. Dann machen wir uns noch einen da nehmen. Krampf. Müll. Hier schön den da rein. Scheiße, die niemand mehr braucht. Wieso wird mir so ein rotes Dings angezeigt und da steht Boden was? Weil der hier irgendwo in den Äußeren... Der ist hier irgendwo in der Nähe. Über die ich nicht droben, das ist okay. Das ist... Lächeln und Winkeln. Wichtig. Also letzte Info war ungefähr da. Hier ploppt irgendwas rum. Auch schön, dass der, der ihn beschützen soll, 100 Meter hinter ihm ist. Äh, ja, ich versuche gerade hinterher zu kommen, weil ich die ganzen Viecher um die die... ...zieh bedrohe. Warum ist gerne ein Schwein draußen? Ja, hier ist ein Blob, hier ist ein Blob. Ich komm gar nicht hinterher so schnell. Skelett! Uah! Jetzt musst du dich echt mal entscheiden. Willst du ein Blob und willst ein Skelett? Ich will gar keins von beiden. Ich komm von der Ebene weg. Ich komm von der Regale, du Arsch. Jackaline! Vor allem ein Skelett ist ein 3. Wollten klopfen. Okay. Ich bin erstmal wieder heile. Ich glaube, ich werde jetzt mal wieder zu kommen. Ja, mach das. Ich prügel mich gerade mit dem halben Sumpf. Ich kann euch dir helfen, Sack. Jetzt kann ich dir wieder helfen. Wenn du willst, kannst du das gerne tun. Autsch. 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 Äh, Kobold! Der hat uns vereint, der mit einer Fackel mit sich rumschleppt. Und der hessig lacht. Ich mag ihn nicht. Ja, das machen sie alle. Dann mag ich sie alle nicht. Ich laufe wieder durch den Sumpf. Das ist angenehmer. Das sind nur so diese armenlosen Trauber. Ja, ja. Mit den zwei Sternen. Ach, den habe ich eben erledigt. Das war okay. Aber da ist wieder einer. Das ist auch nur normaler, glaube ich. Deiner auf jeden Fall. Das gibt wieder lecker Würstchen. Vielleicht. Um, na 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 na.